Musik 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 Was wird denn hier? Nein. Was sind die Eier? Sie sind die Eier. Es ist kein Eier-Saison. Die Katte hat gerade die letzte Groen-Kie in der Klee. Was? Was? Sie? Vorher Fall. Vor der Beesten. 20 Minuten muss ich warten? Ja, nein. Ja, nein. Anders werden wir es nicht aufgerissen. Ich muss aufgerissen. Das sagen wir auch jetzt. Das ist wieder ein Fufchen. Ein Fufchen? Ja. Dann können wir eine neue Fufchen sehen. Alleine Blitzen. Ja, die sind nicht inworld. Das ist wieder ein Fufchen. Alles ist gut. Alles ist nicht gut. Aber wir werden es so richtig. Es ist gerade der Warn. Ja, es ist auch im Rennen. Ah, aber hier ist es. Es wird mir gut. Du wettst, du wettst, du wettst, du wettst. Das ist nicht so nett. Das kann doch nicht alles tun. Es ist ein Stück an der einen Seite und ein Stück an der anderen Seite. Auf Wiedersehen. Wenn du dich aufhören kannst, dann kannst du dich aufhören und dann sehen, was du kannst. Jetzt, was ich sagen, wenn ich heute zurückkomme? All the long way through town, und all the way back, ich schaue und schaue und schaue mich auf. Die nächste Sache ist ein Hop-on-Pop-Shop. Topf Hopping-on-Ice-Cream, mit den Cherries auf. As you can see, here in the heart of Seuss Landing, is a Carrot Seussel that's truly beautiful. And I see the trees, the Trucula trees. The bright colored tops of the Trucula trees. Mile after mile in the fresh blowing breeze. One fish, two fish, red fish, blue fish. From there to here, from here to there, Fantabulous things are everywhere. Just look at that, that red and white hat. I'm sure it belongs to that black and white cat. And look out below, it's that new McGrew Zoo. Oh, what this zoo must be worth. It's the most wonderful zoo on the face of the earth. Say, I like green eggs and ham. I do, I like them, Sam I am. And I will eat them here and there. Say, I will eat them anywhere. Now we bypass two unbudging sacks, both stubbornly stuck, unbudged in their tracks. Now keep your eyes peeled for Sneetches. They're known to love beaches. There's one down there, fishing. He's floating, he's swishing. He might catch a fish with a paleo-like tail. He might catch a fish who has fins like a sail. He might catch a fish with a checkerboard belly. Or even a fish made of strawberry jelly. Say, that makes a story that no one can beat. When we say that we saw it on Mulberry Street. But it still could be better. Did I ever tell you that Mrs. McCabe had 23 sons and she named them all Dave? Well she did, and that wasn't a smart thing to do. You see, she wanted one and calls out, Yahoo! Come into the house Dave! She doesn't get one. All 23 days of hers come on the run. Farewell to the Sneetches at the end of our fun. No time for more, we're almost done. We swing around the corner and dash through the gate. We ride door stop and we feel simply great. For we had a story that no one could beat. That's so salty. And you think that we saw it on Mulberry Street. Well, this was a çıktling, sorry, I knew that night. I can't get out there, but we learned a lot. Exactly, thanks, because ave Next, we know a lot too. It was 2 hours later. Untertitelung des ZDF, 2020